War da nicht auch noch ein Bild von der Gitarre? Nicht schlecht. Und das macht es jetzt so lange, bis ich wieder überspringe, oder? Aber es sind ganz coole, kleine, so nette Randeffekte, was man das Effekte nennen kann. Events, sagen wir so, nette kleine Events, die man so nebenbei machen kann. Ich will trotzdem ein Foto davon machen. Sieht komisch aus. Ja, das ist so. Ich liebte, dass meine Mutter mir eine Fatbox von Chocolate-Coconut Bites für mein Geburtstag hat. Und eine 200 Dollar Gift Certifizierung hat. Sie sicher weiß, wie ein glückliches Geburtstag machen. Es ist schwer zu glauben, dass ich jetzt 18 Jahre alt bin. Ich bin Glück, dass meine Eltern meine Foto-Fotohabit in der Adulzeit enabled haben. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie an den Tag deiner Geburt oder dein ernstes Lächeln vergessen. An den Tag vor allem. Nie den Tag deiner Geburt oder dein ernstes Lächeln vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist ein besonderer Tag. Wir vermissen dich. Wir sind aber sehr stolz, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. Was soll denn das immer? XX, XO, XO. Moment. Spiegel. Ich muss das... Das Licht habe ich ausgemacht. Den habe ich. Dann müssen wir wieder raus. Das ist wohl wahr. So, welchen... Was für ein Zimmer muss ich jetzt... Moment, wir haben doch vorher... ...eine Selfie in den Spiegel gemacht. Ah, hier. Bis jetzt habe ich alles, ja? Also nur drei, aber... Bis jetzt habe ich alles. Wir sind immer noch Episode 1. Fünf gibt's ja. Moment. Ich sollte doch in irgendeinem Zimmer gehen. Hier ist es offen, aber hier kann ich nicht rein. Okay. Du bist so schrecklich. Du bist so schrecklich. Hey, Juliette. Ist alles cool? Oh, ja, Max. Ich habe Dana in der Runde, weil wir cool sind. Fünf. Sie ist dein Freund. Freunde sind nicht sexiert mit ihren Besten Freund. Nein, wahrscheinlich nicht. Wie hast du herausbekommen? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Juliet Watson müsste es sein. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Matt, I swear I didn't do anything. But I said Victoria did. I don't know. Dana's still a cheerleader at heart. Bringt wahrscheinlich nix, jetzt mit ihr zu reden. Also ich muss jetzt in irgendein Zimmer, aber ich weiß nicht mehr in welches. Und bestimmt dahin, wo sie jetzt gerade drin ist. Oder? 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 Ich gucke nochmal in welches Zimmer ich muss. Ich kann Hilfe Dana. Und check out Victoria's room, um zu finden, ob sie die kinder Person ist, die ich hoffe, sie nicht ist. Das Bild habe ich da noch nicht gesehen. Du meinst in der Kau. Wo ist die Notiz da? Hey, ich hab mir Dana uns bißtig ausgeliebt. Du findest das in meinem Zimmer. Wer ist das? Xoxo D. Moment. Dann muss ich gehen, Dana's, Dana's, Dana's Zimmer. Okay. Merken wir uns, Dana's Zimmer. Und damit müssen wir zu diesem... Ah, hier, Victorias Zimmer kann ich jetzt betreten. Dior, Givenchy, du kannst du für meine Tuition mit dem Wartobie bezahlen. Hm. Final Fantasy als Film? Habe ich da was verpasst? Ich glaube, Victoria put Juliet on her shit list after this article. Ein Kult von Juliet Watson. Einer der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen Blackwells, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yupi-Kräfte der Reagun-Era, der Region-Era, gegründet. Stellt euch eine Zeit für, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Foot... Foot... Heute hat jeder Football-Spieler zwei oder drei exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch. Es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlichen Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf einen von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchten, Vortex-Mitglied Victoria Chase zu ihnen zu interviewen. Aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar, die Veröffentlichung dieses Artikel zu verhindern. Ich höre, bitter, hä? Wieso wollte sie das verhindern? Mir kümmert's Miststück. Victoria ist ein realer Jefferson-Gruppie. Mhm, mhm, mhm. Internationaler Fotograf mal Jefferson öffentlich in der Ausstellung. Mit dieser Anzeige gibt es einen Dollar Rabatt. Okay. Das ist wirklich nett, Victoria. Und wer in der Hölle denkt, dass ich ein Hipster bin? Boom! Das ist das E-Mail, ich brauche, Juliette zu zeigen. Jetzt muss ich das schnell ausfragen und weg. Ich weiß nicht, dass ich gerade Juliette und Dana verarscht habe. Ich musste Juliette bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext und Dana auf Sex-Handy gesehen habe. Achso, Sext. Ein Wortspiel. Die böde Kuh hat mir geglaubt. Also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliette verdient. Dafür, dass die Schlampe mir das weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. XXVC. Okay, Victoria ist klar. Dann schalt mal den Drucker an. Ja. Ist klar. Ich verstehe, ich verstehe. Ich gehe in der Vortex Club. Nein. Okay, wenn ich etwas verdient, würde ich das für sicher sein. Hm. Nein, Officer. Ich bin nicht schnapp. Ich habe nur die Vor-Tex-Klub. Ich habe nur die Vor-Tex-Klub. erschaffen sie ihre zukunft springen sie ins 22 jahrhundert mit den tezuka 3d drucker kreieren und produzieren sie ihre vision heute bestellen auf morgen vorbereitet sein kalt und seelenlos das passt vielen dank für das einreichen ihres beitrags an die croft galerie leider ist ihre arbeit nicht kompatibel mit unserem leitbild wir wissen ihre mühe zu schätzen und wünschen erfolg für die zukunft wir wünschen erfolg in die zukunft freundlichen grüßen amanda croft so und was haben wir noch wollen wir noch ein selfie machen das hatten wir schon manche you could pay for my tuition with that wardrobe let's play a little photo tetris and leave victoria a message let's move this here and this one there oh ja man ja ja Oh ja. Wo ist der Drucker? Da. Sie ist halt im anderen Ende. Damit sie Juliette überzeugt, dass Dana eine Inocent ist. Na dann sollten wir jetzt mal rausgehen. Juliette, schreib das. Natürlich. Ich bin ein Scheiße. Ich bin sorry, Dana. Du bist. Und ich hoffe so. Du wirklich denkst, dass ich mit Zach zu reden würde? Nein. Aber ich bin stupend gegründet. Ich habe dir ein Essen. Ich liebe mich. Und du machst mein Arzt. Danke, Mac. Du bist wie der Blackwell Ninja. Jetzt schauen wir, was Zach hat zu sagen über Victoria. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich den überhaupt haben möchte. Ich habe mich kurz angetan. Ich habe die Flaschdriebe und dann gehe ich den Waren. Hey, Dana. Sehr ehrlich. Danke wiederholen. Ich kann nicht glauben, dass Juliette mich in meinem eigenen Büro. Ich bin echt mütig. Hmm. Was hast du gesagt? Oh, nichts. Als du die Flash Drive hast du nicht gesehen, die Speziale von Max? Ja, okay. Ich habe dich. Du bist bluschen? Geh'a und holen die Flash Drive, wenn du. Es wäre ein cooles Sticker ohne die Worte. Das ist sowohl schade und schade. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. X.O. Logan X.O. X.O. Okay. Ansehen. Das sieht aus wie ein Haus-Pregnanzi-Test. Ach. Max, das ist mir. Danke. Du bist nicht hilfreich. Du bist nur schade. Ich glaube, du besser gehen. Ich bin nicht hilfreich. Ich bin nicht hilfreich. Ich bin nicht hilfreich. Ich bin nicht hilfreich. Du bist nur schade. Ich bin nicht hilfreich. Ich habe keine Hilfe von dir hier, Max. Also geh. Ich muss mich verraten, damit Max nie muss es wieder nach unten gehen. Was war denn das? Unzüchtige. Ja, gut. Natürlich, ein populierter, wie Dana, hätte ein Millionen Freunde. Es ist so faszinierend, dass du in den sozialen Medien wirst. Und, ja, Max, so schrecklich falsch. Mhm, 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 mhm. Was, wenn ich den Schwangerschaftstest jetzt nehme? Ich wüsste, dass Dana die Beobachtung hat. Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt. Ich kann sogar nicht vorstellen, was das Leben sein würde, als eine Beobachterin zu sein. Dramatisch, glaube ich. Mh, mhm. So, du bist also schwanger. Schade, ich kann das Licht nicht ausmachen. Habe ich hier alles. Banner. Ja. Jetzt habe ich aber alles. Raus hier. Warren. Ich warte gern ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz. Ich kann Autos zählen. Je mehr SMS desto langsamer. Auf dem Weg. Bye. Ja. Mama? Max, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Du hättest Märchen über einen Ehrenschüler Blackwells erzählt. Er meinte, das sei eine schwere, falsche Anstellung. Ja, sorgt sie, dass du sowas erfindest. Prüf mich ASAP an. Damit wir darüber reden können. ASAP. Habe ich zwar schon oft gehört, aber ich weiß immer noch nicht, was ASAP heißt. So, hier geht gar nichts. Ich habe ja auch nichts Neues. Tagebuch. Noch mehr Drama. Juliette ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zachary würde Dana erstsexten. So dumm. Ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Warren zu SB-Stick ausgeliehen hatte. Juliette erzählte mir, Victoria hätte sie über Zach und Dana informiert. Also war klar, dass Victoria mit allen spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als ich Victorias Zimmer und Laptop durchsuchte. So eine Scheiße. Aber passiert. Scheißegal. Gehen wir jetzt. Warren liebt doch den Parkplatz. Mhm. Du machst doch Witze. Jetzt muss ich nochmal sehen. Ich spule besser zurück. Oh Gott. Du Sack, mit dir werde ich noch ein Hühnchen rupfen. Soll ich das vielleicht doch? Alissa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Juhu! Max, that was awesome. Thank you. That was close. Juck, assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that out. Would you want to be a member? They're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Hm. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh. Neue Seite. Nachdem ich Juliette den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Warrens USB-Stick ein. Dana war merkwürdig drauf. Also sah ich mich um, um vielleicht den Grund zu erfahren. Ich fand einen Schwangerschaftstest mit einer Notiz von Logan. Wie ein Arzttermin. Dana gestand, dass sie schwanger war. Und mir wurde klar, dass all meine Freunde genauso große Probleme haben wie ich. Was? What the fluff. Also. Haben wir wohl ein Ding verpasst. Mir hat nämlich niemand gesagt, dass sie schwanger ist. Hey Schlampe, hoffentlich hat dir das Foto gefallen. Es war dein letztes. Das gibt noch einen harten Krieg hier. Aber den werde ich sicher nicht verlieren. Haha. Und der Hausmeister hätte diesen Faub einmal ruhig mal wegräumen können. Well, I would be a hypocrite, if I wasn't grateful for blackwalls sprinkler System today. Hm. So, der Trottel hat sich ja geärgert. das spiel ist eigentlich ziemlich gut ich habe keine lust aufzuhören aber ich muss jetzt einen streaming pause gleich einlegen aber es ist gleich bevor wir weitermachen ich weiß nicht ob ich heute noch mal losleg oder erst morgen weitermachen aber ich werde es auf jeden fall schreiben also ich hoffe ihr seid dann auch wieder mit dabei bis dahin ok und hier haben wir letztes mal aufgehört dann starten wir einfach direkt hier wieder los hm Ich wusste es. Das Foto haben wir gemacht, also. Hey, warum nicht sie alleine? Entschuldigung, das ist ein Geschäftsführer der Campus. Entschuldigung, du solltest du nicht auf die Schüler oder sie büllen. Hey, hey, niemand büllen jemanden. Ich mache mein Job. Nein, du bist nicht. Du bist ein Teil des Problems, Missy. Ich werde mich daran erinnern. Oh, Max, das war großartig. Ich denke, du ihn hat ihn für einmal. Ich muss gehen, aber danke dir. Das bedeutet viel. Anytime, Kate. Ich habe mich getäuscht. Aber jetzt ist der Officer David Dickhead hinter mir. Vielleicht sollte ich mich überwinden und mein eigenes Geschäft machen? Nein, Dickhead. Diesmal mussten wir tatsächlich unsere Entscheidung nochmal überarbeiten, weil ich ja dieses Foto gebraucht habe. Aber ich wollte auch meiner Freundin helfen. Ähm, wo waren das jetzt nochmal? Hier. Ah. Okay, das Foto gehört gar nicht dazu. Also war das eigentlich ein völlig sinnloses Unterfangen. Naja, egal. So, ähm, ja, ich habe, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Nicht der Hausmeister? Hier ist der gleiche wie der aus Krabs, sondern der Security-Mann. Der ist genauso wie der Hausmeister aus Krabs, oder nicht? Du bist schuld. Du warst es. Naja. Du warst nicht. Du magst. Untertitelung des ZDF, 2020